Tanz das ist Lifestyle. Wir haben jeden Tag die Ballettraining, das ist eineinhalb Stunden und wir machen bestimmte Exercises und Praktikums, also Pirouetten, Sprung, Stretching, Beine hoch und dann danach haben wir den ganzen Tag die Probe lang. Das ist ungefähr bis manchmal 21 Uhr. Tanz hat eine große Bedeutung, weil wir so viel dafür ausgeben müssen. Es gibt nicht einen anderen Weg, also muss man wirklich diszipliniert sein und konzentriert und alles geht irgendwie um das, also wo man wohnt, wo man, was man isst, ist alles, also irgendwie am Ende ein Effekt dafür. Man muss wirklich achten auf das Gewicht immer, aber natürlich ist es immer gut, dann man passt auf zum Beispiel Magnesium oder Eisen, also bestimmte Momente, auch das kommt wegen des Stücks. Aber ich passe auf, dass es jede Minerale sind immer da, also in der Ernährung, das ist wichtig. Ich esse alles, auch Schokolade und Pizza, aber nicht jeden Tag. Ja, aber ich glaube, das ist wie alles im Leben. Man muss alles erleben, weil sonst der Geschmack von Leben geht weg. Ich glaube, man muss von alles experimentieren. Es hat alles gemacht für mich. Es ist mein ganzes Leben, und ich habe, eigentlich, seit ich als Kind, immer wollte ich einfach nur ein Dancer. So viele Leute sagten mir, ich will nicht machen, es ist so schwer, eine Karriere, so viel zu machen, aber ich war immer überzeugt, dass es das alles, was ich wollte, und ich war sehr, 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 sehr. Und es war. Das ist eine ganz, ganz schwere Karriere. Es ist ein großer Druck und auch eine große Einsamkeit, weil du bist alleine. Egal, mit dem Partner oder dem Training oder ... Du bist alleine, weil du bist immer verantwortlich für deine einzige Kunst. Es ist ein Weg, und den muss man einschlagen, und dann eben, wenn man den einschlägt, sagt man zu fast allem Nein, was das Leben sonst noch offeriert. Es ist einfach viel Arbeit, und wir wollen alle so sehr eine gute Arbeit machen. Es ist ein bisschen stressig, aber das ist normal, und das genießen wir auch irgendwie. Und wenn wir fertig sind und alle klatschen und wir uns verbeugen, ist einfach das beste Gefühl, eigentlich. Es ist sehr schön, ja. Applaus